Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted Drake-Schicksal. Wir sind zurück und ich komme gerade aus dem Anstrengenden auf den Assassin's Creed. Also, ich rede zu schnell, ich weiß, aber es ist mir sowas von egal. Äh, ja, was machen wir jetzt am besten? Wir springen da runter und ballern die in den Kopf weg. Ist das ne Idee? Obwohl ich eben schon... Wir tun die Finger weh und wir tun die Ohren weh von meinen Kopfhörern. Weil ich zwei Stunden... Das war ja klar, Mann, ey. Warum passiert mir das immer? Ich drücke immer auf R2, Mann, Leute. Ach, die Scheiße. Alter, Mann! Ah, du Arschloch! Scheiße. Das fing ja gut an, wa? Das fing ja ganz los an. Mann, ey. Nur weil ich eben Assassin's Creed gespielt hatte und man da immer RT drücken muss. Sehr schöne Sache. Ey, ey! Die Scheiße. Das fing das Ding. Die Scheiße. Das fing das Ding. Ja, die Scheiße. Das fing das Problem. Oh Mann. Oh nein, was ist das denn bitte für eine... Oh Mann. Ja, das ist ein... Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich bin nicht endlich! Scheiße! Ja, toll. Jetzt gehen die wieder auf den Schraub. Was ist so toll? Verdammt! Ich hasse es. Ah, nein! Leute! Alter, nein! Das friert mich. Jetzt schon. Alter, dass das so viele auf einmal sind. Was ist denn das bitte? Geh runter, Junge! Geh runter, Junge! Könnt ihr bitte da bleiben, wo ihr seid? Du könntest das Bild bitte wieder Farbe kriegen! Oh, Kopfschuss! Du bist vor mir tot! Wir sind noch nicht alleine. Weg mit dir, voll Idiot! Ist diese gruselige Musik jetzt vorbei? Danke! Danke, lieber Gott! Vielen, vielen lieben Dank! Dankeschön! Wie er sich da hochhangelt. Das klingt ja lustig aus. Da liegt bestimmt mal irgendwo ein Schatz rum. Ganz sicher. Sieht ja sehr gefährlich aus. Cool. Cool. Oh nein! Elena! Ja, was ist mit Elena? Genau! Sind wir jetzt eigentlich alleine? Nein, der hat er da. Och nö! Nein! Wieso tauchen die denn auch immer wieder aus dem Nichts aus? Was ist denn das bitte für eine Scheiße? Oh! Du! Also in deiner Stelle will ich mich nicht auf dem Boden rumlungern, Junge. Komm raus! Also ich kann doch selbst in die Luftgejagd. Ich kann doch eh keine Muni mehr. Wetten wir nicht? Ich hab gleich eh keine Muni mehr. Wetten wir nicht. Nein! Keine Munition mehr! Jawoll! Scheiße! Au! Alter, denken die... Echt, das wär cool? Alter, hier ist noch nichts cool dran! Ist das denn fucking ernst? Alter, was ist das denn bitte für eine Scheiße? Ich hoffe, die haben das im neuen Anschluss anders gemacht. Ich bin nicht mehr so schnell. Ich bin nicht mehr so schnell. Ich bin nicht mehr so schnell. Das ist doch ein Dokumentar immer mehr. Reicht's jetzt? Habt ihr's jetzt? Alter, Mann, ey. Jetzt reichen doch fünf auf einmal. Mein Gott, davon hab ich eindeutig mehr. Nein, hab ich daran nicht fest. Ich werde hier ewig mit dem Spiel brauchen. Ich werde ewig brauchen. Weil die einfach nur rumgeballert wird. Oh, das sieht schön aus. Alter! Vorsichtig sein. Halt durch, Elena. Ja, das ist sehr schön. Nee, ich möchte die nicht. Die ist doof. Ich mag lieber die... Ach, klettern ist eindeutig angenehmer als... ...als hier die ganze Zeit rumzuballern. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah! Alter, was ist das? Sauber durch deinen Kopf, Mann, Junge. Das ist gut, Mann, Junge. Ich glaub nicht, dass du schon mal allein gesehen hast, weil du gestoppt. Komm, gib mir deinen Kopf, Junge! So. Man, das ist wirklich total, jetzt nichts zu schießen, man. Alter! Hab ich mich gerade erschrocken! Scheiße! Alter! Was war das denn bitte? Verdammt! Geh runter! Alter, was? Äh, ich war doch unten! Könnt ihr einfach mal die Klappe halten? Danke! Boah, das war... Ach, der Scheiße! Das ist doch schon wieder passiert! Warum laufe ich denn immer dagegen? Das ist falsch mit mir! Ja! Möchtest du mir jemanden Muni geben? Okay, hier oben bin ich nicht die ganze Zeit sicher. Alter! Nein! Was läuft falsch hier? Alter! Ach! Ist es auch? Das tut einfach mal... Drei Millionen Männer! Ach, mach! Ach! Haltet ihn auf! Du! Oh, Mann! Schön immer den Kopf schießen! Ganz einfach! Ja, die wird es gleich leid tun. Ja, die wird es gleich leid tun.